Untersuche die Explosion. Ja, die ist ja eher da. Mon Dieu, wie komme ich denn da hin? Oh nein. Selten dämlich schon wieder. Guck mal, da sind sie. Die Freunde, die keine Freunde sind. Ich hasse sie einfach nur. Widerliche Kreaturen. Wenn man hier durch die Türen geht, es hört sich immer an wie... Au, 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 au. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich und hups natürlich auch. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute bei einer neuen Aufnahme-Session hier. Ja, und zwar habe ich mir erlaubt, mal hier diese Foundation-Dinger, die wir vorgezeichnet haben, die wollten wir ja jetzt bauen. Hat nicht so richtig funktioniert beim letzten Mal. War aber eher, lag aber eher daran, dass es irgendwas mit dem Spielstand zu tun hatte. Ich habe keine Ahnung, was genau, denn ich habe zwischendurch weiterbauen können. Ich habe es nochmal getestet. War also alles okay. Aber mir fehlt dann auch noch ein Moment. Da gab es doch noch eine Möglichkeit, höher zu bauen. Weil ich würde gerne, also ich würde ungern gerne hier unten ebenerdig bauen. Und deswegen habe ich mir so gedacht, Moment, ich brauche unbedingt was zu trinken. Oh mein Gott, oh mein Gott. Deswegen habe ich mir gedacht, wir müssen ein bestimmtes Holz noch organisieren, welches wir analysieren müssen. Und zwar diese Pusteblumen da hinten. Die sind super wichtig. Die werden wir jetzt gleich mal organisieren und dann analysieren in diesem Labor, in dem wir beim letzten Mal waren. Dann hoffe ich natürlich, dass wir hier nicht von irgendwas angegriffen werden. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich habe schon wieder so eine panische Angst vor diesen Spinnen. Oh, hier komme ich nicht durch. Alles klar, ja. Puh, hier haben wir noch ein Getränke-Dingens-Boomens. Das ist sehr schön. Kurz mal Lage checken. Na, wie sieht das aus hier? Ist hier alles safe, alles gut? Oh mein Gott. So, dann werde ich mir mal hier kurz einen Überblick verschaffen. Es ist ja ein neuer Tag. Ich habe mir auch erlaubt, vorher mal kurz schlafen zu gehen für die neue Aufnahme. Hier vorne. Alles klar, den holen wir uns jetzt. Den hier. Den pustet... Ne, das ist ja keine Pusteblume. Wette, wette, wette. Ich glaube, der bringt nichts. Sondern die da brauche ich. Die trockenen Dinge. Hier, wo bist du da? Gott, dieser Urwald. Hier, das Ding. Das hier brauche ich. Das da. So, das werden wir uns jetzt mal hacken. Löwenzahn. Nicht pusten. Ja, gut. Ist ja aber trotzdem jetzt... Ein Löwenzahn, eine Pusteblume. So, sehr gut. Gib mir alles. Oh Gott, da ist ein Stinkekäfer. Ich glaube, die sind gar nicht gut. Siehst du da diese große Kakerlake? Mach mal ganz kurz hier. Schnell weg. Ich glaube, drei kriegt man... Man kriegt wirklich nur drei, ne? Drei so eine Stäbe. Da vorne ist noch eine. Hätte ich gerne. Oh nein. Der hängt fest. Der hängt fest. Ähm. Wir müssen das jetzt aber auch nicht ausreizen. So, pass auf. Ich versuche jetzt lieber erstmal da in das Ding wieder zurückzukommen. In das Labor. Unbeschadet. Möglichst. Ohne, dass mir irgendwelche Buddies in die Quere kommen. Was ist hier eigentlich drin, ne? Ah, der kann ich auch rein, ne? Und hier ist was zu trinken. Sodatropfen. Soll ich das mal aufnehmen? Ja, kann ich nicht. Okay, muss ich erstmal das Zeug loswerden, ne? Na gut. Dann lass uns mal eben rüber Richtung... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist schön. Es ist wirklich schön. So, komm hier. Let's go, let's go, let's go. Ständig muss ich auf die Getränke achten. Ah, ich wusste doch, wir sehen uns wieder, mein kleiner Rüsselkäfer, du? Irgendwann, irgendwann... ...werde ich es tun müssen. Wir werden nicht drum rum kommen. Wir müssen ihn... ...müsst wahrscheinlich... ...hier das Leben nehmen. Wo ist denn... ...ääh, warte mal. Wo ist denn der Eingang zum... ...eingang zum... ...zum Labor. Jetzt rennt sie hier schon wieder 20 Kilometer durch die Gegend und rafft wir nicht, wo sie lang muss. So, hier lang, ja, sehr gut. Ach, da oben. Lauf, Mädchen, lauf. Schnell. Ich hoffe, hier ist alles safe. Schnell, schnell, schnell. Okay. Da ist wieder die küssende Tür. So. Ähm, hier war der Analysator. So, dann lass mal gucken. Okay, das werden wir jetzt analysieren. Das ist der Science. Genau das meine ich hier. Und zwar diese... Ne, warte mal, hier fehlt irgendwas. Warte kurz. Jetzt schauen wir mal eben rein, ob ich das jetzt bauen kann. Ja, nein, vielleicht. Hier, doch, 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 kann ich. Guck, das hier meine ich. Und zwar mit diesem Gerüst kommen wir natürlich um einiges höher, ne? Dann können wir nämlich eine Etage höher bauen, weil ich möchte ja nicht, dass in meine Basis jetzt irgendwelche Viecher reinklettern. Deswegen ist mir das wichtig. So. Das war ja Sinn und Zweck der Sache. Wir haben zwar nur drei von den Dingern und müssen jetzt noch ein paar mehr organisieren. Das hilft ja jetzt nicht, ne? Wie komme ich da eigentlich rein? Waren wir da schon drin, ne? Kommen wir da überhaupt rein? Ist das... Ist das überhaupt zugänglich? Hm... Auch das weiß man nicht genau. Ja, mein Kleiner. Dich will ich zähmen. Ich habe auch gelesen oder gehört, dass man irgendwie zähmen kann. Weiß ich aber nicht, ob das wirklich geht. Das wäre natürlich voll süß. Ich hätte gerne diese kleinen Blattläuse. Ich finde die super Zucker. Kleinen süßen Dinges. Läusehonigtau nehme ich mit. Ich glaube, die bringen auch ein bisschen... Die bringen definitiv ein bisschen Wasser und so. Okay. Ich möchte gerne folgendes bauen. Wir wollten ja hierbleiben. Also wir. Ich sage jetzt einfach mal bewusst wir. Weil es war ja auch deine Entscheidung. Du hast zumindest nicht widersprochen. So. Ich werde bauen. Und zwar folgendes. Ich versuche das jetzt mit diesem Stängelgerüst. Ein bisschen höher. Wollen wir mal. Ich weiß ja nicht, ob wir das Blatt hier vielleicht noch integrieren können. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Es soll jetzt die erste Base werden, ne? So. Die noch ein bisschen. Ist das eine gute Idee, wie ich das mache? Ich weiß es nicht genau. So. Also theoretisch müsste das doch so funktionieren, ne? So. Da kann gerne auch dieses Ding reingebaut werden. Das ist nicht so tragisch. So. Jetzt lass mal gucken. Ich baue jetzt erstmal das hier. Ah, jetzt steht er wieder. Er wird nicht unterstützt. Leute, ich schwöre, ich habe das ausprobiert. Ich habe es ausprobiert. Jetzt geht's. Da geht's nicht. Hier geht's. Hier geht's jetzt auch. Das kommt wahrscheinlich immer darauf an, wie man gerade steht, oder was? Aha. Okay, wir brauchen pro Dingensbummens brauchen wir zwei so eine Stängel. Ich versuche jetzt mal kurz. Guck mal, die haben uns hier schon wieder die Sachen geklaut. Die Schweine. Möchte ich hier oben, wenn ich das kann, warte, 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 warte. Möchte ich gerne so einen Grasboden bauen. Dann muss ich wahrscheinlich erstmal mit einer Treppe anfangen. Ah, das kann natürlich auch sein, ne? Wir brauchen ja eine Treppe, um überhaupt erstmal hochzukommen. Okay, pass auf. Dann machen wir jetzt noch ein paar von denen. Wie groß brauchen wir denn unsere Basis, ist die Frage. Ich habe jetzt dreimal drei. Habe jetzt dreimal drei. Nein, du sollst das nicht schmeißen. G, glaube ich, war richtig, ne? Dreimal drei. So, warte, dann machen wir nochmal einen davor. Jetzt geht das Gebaue los. Das sage ich euch. Wir brauchen als erstes eine Base. Das ist mir sehr wichtig. Warte, warte, warte. Äh, konstruieren. Zack. 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 Standort belegt. Habe ich jetzt zwei gebaut? Nein. Ich würde sagen, so reicht erstmal. Okay. Dann machen wir hier vorne. Und dann noch einen weiter. Noch einen weiter noch. Aber dann reicht erstmal. Wir können das später noch anbauen. Jetzt machen wir hier eine Treppe hin. Kann ich denn überhaupt eine Treppe bauen? Ja, hier unten. Eichel-Wendel-Treppe. Grastreppe. Konstruieren. So. Okay, damit müssten wir jetzt anfangen. Unkrautstängel. Unkraut. Das, ähm... Warte mal, Unkrautstängel. Das hier ist einfach, glaube ich, nur trockenes Gras. Ja, okay. Ich muss wirklich achten, dass wir ein bisschen was trinken. Ich hole mir jetzt hier mal aus dem... Aus dem hier. Hole ich mir jetzt mal was zu trinken. Und dann müssen wir aber schauen, dass wir zeitnah ein bisschen was... Oh, warte, 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 warte. Da vorne ist eine Spinne. Das hat nicht so viel gebracht, ne? Uns etwas bauen, womit wir Wasser generieren. Das ist super wichtig. So, jetzt pass auf. Jetzt kommt hier gleich wieder der Stinkekäfer. Ich weiß es. Ich weiß es einfach. Weil ich es weiß. Einfach so. Da vorne ist eine Pusteblume. Ist der Gäfer weg? Ist der etwa weg? Hier ist eine Pusteblume. Okay. Okay, ich probiere. Löwenzahn. Der kommt gerade an, ne? Oh nein, bitte, ne. Bleib da. Bleib einfach da, du Kackvieh. Da vorne sind noch zwei so eine Stäbe. Okay. Okay, okay. So. Guck mal, hier liegen ja ganz viele noch rum, oder was? Inventar voll. Okay. Ich hoffe, ich finde das wieder. So. Ach, schön mal wieder in Grounded zu sein. Also gefällt mir, gefällt mir wirklich gut. Und hier mit diesem Shroom in Doom, wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es ja den mit, wir haben ja hier so ein paar Pilze, die stehen ja hier rum. Da stehen ja, ich habe, also vorhin habe ich noch welche gesehen. Ist hier eigentlich auch noch was zu trinken drin? Das war das, was ich getrunken habe. Alles klar. Ähm. Das hat echt nicht viel gebracht, ne? Wir müssen Wasser organisieren, Freunde. Ähm. Hier gibt es ja so ein paar Pilze. Wo sind die denn jetzt, wenn ich die suche? Hallo. Da vorne. Da sind Pilze. Guck mal, hier so eine Morcheldinger. Fliegenpilze haben wir schon am Anfang gesehen. Jetzt geht das wieder nicht, ne? Weil alles, äh, das ist auch kacke. Oder? Hier geht's. Ah, jetzt. Okay. Also es liegt wohl am Winkel. Es liegt am Winkel. Hier muss noch ein bisschen was rauf. Haben wir noch was? Ich hatte doch viel mehr Blätter. Ich glaube, die wurden mir gemopst. So. Jetzt kommen wir hoch. Okay. Sehr, sehr cool. Gut. Dann würde ich sagen, holen wir jetzt hier noch ein bisschen Gras. Und wir brauchen noch mehr von den Stängeln, logischerweise. Ne, wir müssen ja erst Stängeln holen. Ach, Mist. Das ist ein ganz schöner Weg, ne? Aber solange es noch so dunkel ist, bin auch am überlegen, ob ich dann zwischenzeitlich mal, wenn das echt zu heftig ist, dass ich dann einfach mal ein paar Ressourcen organisiert zwischendurch. Aber gerade dann passieren ja hier immer die schlimmsten Sachen. Guck, da vorne Fliegenpilze. Genau. Meine ich doch. Wo haben wir jetzt die Stängel da vorne? Oh nein, und da ist genau der Käfer. Ugh. Er geht. Er geht. Vorne ist auch noch einer. Mehr geht eh nicht. Drei Stück. So. Lauf ich schnell. Und dann holen wir noch ein paar Blätter und machen schon mal ein bisschen was klar. Ich habe vergessen, wie viel Zeug man braucht, ne? Man muss ja echt wahnsinnig oft hin und her laufen. Was wir gleich nochmal gucken werden, ist... Ist das hier auch einer zum Aufsammeln? Nee. Ist dieses... Hallo? Da hinten. Dieses asiatische Gebilde, was da im Wasser ist. Da möchte ich auf jeden Fall auch noch hin. Ich glaube, wir können ja auch schwimmen, ne? Also das probieren wir gleich mal aus. Da werden wir mal eben gleich hinschwimmen, dass wir zwischendurch mal ein bisschen was anderes machen. Das ist mir auch wichtig. Marienkäfer sind manchmal sehr böse. Ja, und die Pflanzen hier sind auch sehr böse. Ich komme hier nirgendwo lang. Hallo? Ich werde ständig blockiert. Von denen. Wir brauchen dringend Wasser. Wasser müssen wir organisieren. Das ist wichtig. So, warte. Hier muss einer ran, ne? Hier? Nee, haben wir schon. Hier. Und hier. So. Ein bisschen Gras holen wir noch. Und dann gucken wir mal, ob... Hier ist ein Tropfen. Hier ist ein Tropfen, den holen wir uns. Hallo? Lass den! Der Rüsselkäfer! Der steht unter meinem persönlichen Schutz. Wie gemein diese Ameisen sind, ne? So, den will ich haben hier, den Wassertropfen. Dachte ich mir so. Okay, dann doch nicht. Dann nehme ich... Hier muss ich den hier noch abholzen. Ah ja, da kommt er, da kommt er. Bleib hier, bleib hier. Oh, viel besser. Weil halt frisches Wasser, ne? Frisches Wasser... ...bedeutet lieben. So, drei Blätter sind jetzt ein bisschen wenig. Und das mit der Ausdauer ist auch so ein Thema für sich. Erstmal noch zwei, drei Pilze. Komm, hau rein. So. Inventar voll. Okay, dann bringen wir jetzt das hier kurz an. Und dann haben wir schon mal wenigstens eine obere Etage. So, das heißt, wir müssen aber erst mal so einen Boden bauen. Boden, Boden. So, konstruieren. Zack, zack, zack. Okay, das war's schon wieder. Aber dann können wir doch hier den Rest auch noch konstruieren, oder? Wenn wir schon bei sind. Weiß nicht, wie weit wir kommen hier. Ne. Da war schon was. Da hinten komme ich jetzt nicht ran. Gut. Dann lasst uns mal, solange es noch hell ist, würde ich gerne mal hier rüber. Toll. Toll. Ganz großartig. Richtig gut. Richtig gut. Spring. Ah, guck mal, hier kann man schön rüber springen. Hier ist auch noch ein kleines Blättchen. Das hat auch wieder sehr gut geklappt. Das mit der Ausdauer, das ist echt ein Thema. So. Oder mit dem Spring auch. Okay, weil es wird langsam dunkel, deswegen würde ich jetzt ganz gerne einmal hier rüber. Oh, voll schön. Wie schön das einfach ist. Hier mit der Seerose. Das ist voll toll. Vielleicht gibt es ja hier noch ein paar Special-Geschichten, wo man Wasser kriegt und sowas. Ach so, und ich muss dringend noch zu Burgle, oder wie er heißt. Burgle. Ob er Arbeit für mich hat. Das müssen wir echt nochmal machen. Da haben wir bestimmt irgendeine Quest, die wir... Wir können auch ekliges Wasser trinken im Notfall, ne? Irgendeine Quest. Huch. Ein Kuppi. Oder war das ein... Irgendeine Kaulquappe? So. Genau, das müssen wir uns auch holen. Die Quest müssen wir uns holen, damit wir wissen, was wir machen müssen. Hallo. So, okay. Aha. Guck mal eine an. Können wir nicht hier irgendwie bauen? Aber ich glaube, das macht nicht besonders viel Sinn, ne? Oh. Eine Forschungsstation. Also theoretisch könnten wir uns auch hier eine Base machen, oder? Allerdings kommen wir ja dann immer sehr, sehr schlecht von A nach B. Wo komme ich denn da hin? Oh no. Hallo. Ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Science, um Sachen zu kaufen. Da oben komme ich auch irgendwie nicht ran. Kann man da irgendwie raufspringen? Oh Gott. Ähm. Kann man vielleicht mit dieser Spinnbebe... ...irgendwas machen? Jetzt komme ich hier gar nicht mehr raus, oder was? Netzfaden. Seil, äh, Seidenseil. Okay. Möchtet er hin? Ne, da kommen wir nicht ran. Da brauchen wir wahrscheinlich noch irgendwas anderes. Okay, haben wir hier eigentlich irgendwas? Oh, hier ist noch eine Kassette. Hier, das werden wir schon mal direkt analysieren. Aber sowas von. Basketballkorb. Ja, den brauchen wir. Der ist überlebenswichtig, Freunde. Der ist richtig überlebenswichtig. Ohne Basketballkorb werden wir hier nicht vorankommen. Ominent Practical Technologies, Dr. Wendel Tolley, Science Division, log 88.05.29G. Oh, or is that H? H for safety. Final evaluation tests of the spacer are going well, though I have noticed some minor errors in transcription where a non-trivial number of particles are not being conserved. I have observed no ill side effects, but making a note to check that later. Making a note. I'm still annoyed by Dr. Klein's attitude at the barbecue and I confided in him about my success. He was arrogant as always, dismissing my breakthroughs and covalent spacing reduction, questioning the very use of shrinking technology. What a ridiculous lack of vision. World Hunger, Overpopulation, Global Warming, just a tip of the iceberg. Hallo, ich will da jetzt hin. Ah, okay. Okay, ich hab's. Okay, ähm. Ja, wir sollten auf jeden Fall mal zu Burgle, ne? Dann müssen wir echt mal rüber. Also hier war jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich hiermit noch machen kann. Kann ich gar nichts mitmachen. Guck hier lieber nochmal um die Ecke, ob da noch... ...irgendwas zu finden ist, aber nö. Also da oben kommen wir nicht ran. Da stelle ich mich zu glatt an. Hier, da komme ich nicht hoch. Ne, das ist mir zu hoch. Vielleicht haben wir irgendwann nochmal die Option, ein bisschen so einen Move irgendwie zu lernen oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Ach man, ich wollte doch hoch springen. Ach Mist. Mist, Mist. Puppist. So. Da sind so, so Blasen. Man könnte, könnte sein, dass man da irgendwie Sauerstoff rankriegt. Weiß ich nicht. Ich hab auch ein bisschen Angst, dass hier gefährliche Tiere drin sind. In diesem Karpfenteich. Mit den Gubbis. So. Wir sind gleich da. Kommen wir hier wieder raus. Oh, du bist auch so ein Horst, ehrlich. So. Jetzt komm hier. Ah, hier kommst du hoch. Ah, Träumchen. Schau mal. Da können wir doch hier auch gleich nochmal eben fix den Grasboden konstruieren. Ja, auch. Geht das? Traum. So. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, wir müssen schon wieder schlafen, ne? Ähm, können wir jetzt schon? 19.38. Ja, um 20 Uhr geht's los. Ähm. Warte mal, warte mal. Irgendwo noch ein bisschen Blätter. Ah, das mit dem Trinken ist echt ein Thema. Wir brauchen ganz dringend Wasser. Ganz, ganz dringend. Ich gucke gleich mal am nächsten Tag, wie wir das bauen können. Da brauchen wir, glaube ich, diese Seide, die wir jetzt gerade gefunden haben. Diese Seide. Diese Spinnennetze. Da haben wir natürlich, ähm, wo war denn das? Ich glaube, hier hinten. Da waren ja diese ganzen, diese ganzen Kreuzspinnen. Die furchtbaren. Weswegen ich ja so weit oben bauen möchte, weil ich habe keinen Bock darauf, dass die in meine Base kommen. Ja, okay. Lass mal, lass mal pennen. Dann gehen wir erst mal zu Burgle am nächsten Tag. Und dann gucken wir mal, was der für uns für eine Quest hat. No joke. Wir haben ja jetzt dieses Tape noch gefunden. Vielleicht können wir ja sogar damit irgendwas reißen. Da muss ich hin. Dü, 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 dü. Dü, 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 dü. Ich habe jedes Mal Angst, wenn ich hier hin muss. Warum ist da keine Tür? Ich würde die gerne zumachen. So, Burgle. Wo bist du? Wo steckst du, mein Freund? Hier. Was hast du denn für mich? Hier, Aufgaben. Aha, aha. Wieso redet er jetzt wie Yoda? Okay, äh, fortfahren. Was können wir denn hier? Hersteller Eichelschaufel. Ah, da gibt es 250 Raw Science. Das würde ich natürlich direkt machen wollen. Hier, die Eicheln hatten wir ja schon gesammelt, ne? Da können wir ja bestimmt so ein Ding basteln. Und das hier? Reparaturwerkzeug bauen konnten wir, glaube ich, auch schon. Schleimpilzfackel können wir auch bauen. Und die Sachen müssen wir dann an einem Tag machen, oder was? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Kriegen wir hin. Dann haben wir nämlich hier 750 Raw Science. Dann können wir so nach und nach mal ein paar Sachen basteln. Kaufen, meine ich. Dann können wir ein bisschen was kaufen. Lass mal ganz kurz gucken. Wir müssen bauen. Eine Trieblasche wäre auch nice, ne? Eine Eichelschaufel kann ich schon mal herstellen. Dann machen wir das schon mal. Cool. Eine Schleimpilzfackel. Da brauchen wir noch Schleimpilz... Pilz... Stängel. Ähm... Leute? Habe ich die drüben in der Kiste? Ich habe die drüben in der Kiste, ne? Oh nein! Okay, und Reparaturwerkzeug? Wir müssen das Zeug holen. Grobes Seil. Drei Stück. Zwei Sprössling. Ein Quarzit. Quarzit haben wir auch drüben. Okay, das ist echt nicht cool. Gut, ähm... Ja... Wir müssen den ganzen Kram herholen. Okay, okay. Gut, dann wissen wir ja, was wir in der nächsten Folge machen müssen, ne? Da freue ich mich aber ganz doll. Haben wir denn Aufgaben hier? Äh... Abgeschlossen. Steht das denn jetzt schon hier irgendwo? Okay. Habe ich damit schon... Oh Gott, wir brauchen Wasser. Wir müssen dringend Wasser holen. Okay, ähm... Folgendes. Kann man Dinge eigentlich... Verschieben? Das mit dem Wasser ist echt keine gute Sache. Wir haben 36 Pilze. Das ist schon mal gut. 36 Pilze. Und auf dem Weg zurück müssen wir unbedingt Wasser organisieren. Aber wir brauchen hier kurz irgendwie eine Kiste oder irgendwas. Weil ich kann das nicht alles mitnehmen. Wenn wir die Kiste da hinten ausleeren wollen, muss ich Sachen hier lassen. Das ist so. Das müssen wir tun. Also, brauchen wir eine Kiste. Kiste, 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 Kiste? Hallo? Kiste. Spießgrill. Ja, Wasserbehälter. Apropos. Warte mal, warte mal, warte mal. Vorratskorb. Okay. Ein Kleeblatt und ein grobes Seil. Vorratskiste, Kleeblatt, Eichelschale, Saft. Baue ich hier mal so eine Kiste, ne? Aber wo ist denn Spinnrad? Saftfänger. Macht an Saft produzierenden Wurzeln und Ästen angebracht die Ernte leichter. Ach so. Haben wir ja direkt vor der Tür, ne? Bergbank. Wo ist denn Pflanzenleuchte? Hatten wir nicht irgendwie so ein Ding, womit man Wasser irgendwie sammeln kann? Offensichtlich noch nicht. Hm, dann müssen wir noch irgendwas anderes analysieren, ne? Diese ausgehöhlte Eichel fasst bis zu sechs Tropfen Wasser. Aber. Hoppala. Da ist das Spiel abgestürzt, meine lieben Freunde. So, ja. Da ist das Spiel mal schön abgeschmiert. Und leider, leider, leider hat er gespeichert, wo wir geschlafen haben. Also kurz, als wir wieder aufgewacht sind. Problem ist jetzt allerdings, was mich ein bisschen ärgert. Es sind nicht die gleichen Quests, die wir vorhin hatten. Also wir haben jetzt andere Quests. Wir hatten ja vorher irgendwie Reparatur-Dingsbobens und diese Schaufel und so weiter. Und jetzt müssen wir hier ein paar Sachen analysieren. Und zwar Milbenpelz, rohes Räuse, genau, rohes Läusefleisch. Oh nee, die Läuse sind so süß. Aber die müssen wir halt auch töten. Und wir müssen einen Klee-Poncho. Wir haben doch einen Klee-Poncho, oder? Äh, warte. Oder haben wir jetzt schon die ganzen Sachen, haben wir das schon erledigt? Ich muss kurz gucken. Wir müssen einen herstellen. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Ja, okay. Gut, müssen wir machen. Klee-Poncho herstellen, obwohl wir schon einen haben. Und, äh, Läusefleisch hatten wir doch auch schon. Aufgabe ablösen. Können wir die ablösen? Ach, anpinnen. Okay, ja, alles klar, alles klar. Na gut, dann machen wir halt diese Sachen. Dann ist das so, wie es ist, Leute. Dann müssen wir nochmal einen neuen Klee-Poncho machen und noch ein bisschen was analysieren. Und dann, äh, ja. Ja, bauen wir in der nächsten Folge fix eine Kiste, packen da den ganzen Kram rein. Äh, und gucken mal, dass wir uns wieder zurückschlagen Richtung alte Base. Ne, was heißt, wir hatten ja noch keine Base, ne? Alte Hütte und dann werden wir dort eine Runde das Zeug holen, was wir da hinterlegt haben. Das ist wichtig. Ja, das müssen wir abholen. Wir brauchen den ganzen Kram. Also, dann bedanke ich mich jetzt sehr bei dir und schön, dass du mit dabei warst. Und ich freue mich sehr über Kommentare, wie es gefallen hat. Wenn es euch gefallen und wenn es dir gefallen hat, dann lasst einfach einen Daumen hoch da. Und dann hat das gerne auch ein Abo, wenn noch nicht geschehen. Und dann sehen wir uns bald wieder. Also, mach's gut. Tschüss.